Lop! Luke. Nö, das war's mit Luke. Keine Chance. Wir können ihm nicht helfen und muss zur Oberfläche zurückkommen. Es geht nicht. Wow, wie unglaublich schwer dieser, äh, Zombie ist. Luke ist tot. Das war Luke. Und das ist sehr kalt. Wenn ich sofort Feuer machen, könnte ich erfrieren. Alles ist durchnässt. Es ging viel zu schnell. Es ging viel zu schnell. Wir könnten nämlich sehr schnell erfrieren, wenn das so weitergeht. Look at this place. Just a stack of fucking toothpicks. Bet those magical supplies are bullshit too. What? No speaking of English? Fuck you. You fucking commie piece of shit, Kenny. Fuck you. Kenny. Ja, tut gerade ein auf Kara. Mach ihn. Was hast du mit ihm getan? Verdammt nochmal, Kenny. Ja, super. Er war auch so. Er war nicht so. Er war nicht so. Ja, Kenny. Das ist okay, dagegen habe ich auch nichts. Ah, verdammt, neulich. Die brauchen wir nicht. Ich brauche nur einen Stein. Oder Metall. Jetzt aber schnell. Genau. Okay. Bloß, wie sollen wir denn hier drin warm bleiben? Das ist ja kein vollständiges Haus. Und Arvo? Ja, Arvo wird uns jedenfalls nicht mehr helfen. Ich habe es versucht. Und Luke war wahrscheinlich auch tot, egal was wir hätten gemacht. Wir haben es selbst versucht, weil wir die leichteste waren. Haben es nicht geschafft. Oh, Jesus. Wir könnten dich töten. Was ist mit ihm? Du bist weg. Ja, nicht eingefroren. Kenny ist zurück, zu versuchen, zu einigen schlussischen Fahrzeugen zu beginnen. Hier. Du solltest etwas essen. Wie so kleine Dosen das auch sind. Du bist okay? Das ist nur eine Portion. Danke. Danke. Oh, okay. Zumindest Mike kriegt langsam einen Fuß in die Tür bei Arvo. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Ja. Das ist natürlich noch super. Luke. Ja. Ja. Er hat auch gebraucht, Jane. Ich weiß, dass er es hat. Gott sei Dank. Ich sollte nicht zurückkommen. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste es. Es wird schon alles okay. Vielleicht. Es wird schon alles okay. Vielleicht. Wenn du so sagst. Ich werde etwas finden, um das zu schlafen. Danke. Danke. Ich kann nicht mehr das Scheiße nehmen. Ich muss Mike recht geben. Kenny übertreibt. Ja. Ja. Hölder Tag. Aber wir müssen wieder gehen. Wenn du es fühlst. Ich kann eine Hand mit diesem Fahrzeug nutzen. Dieses Haus ist nicht wert. Aber die Fahrzeuge sind nicht in schlechtem Form. Mit ein wenig Glück, können wir uns fixieren. Wir hatten es hier bei Nachtfall. Gib mir einen Moment. Ich warte dir zurück. Okay. Hey, wir haben das Kind bei uns. Ich werde ihn sehen. AJ. Elvin Junior. Na gut. Clem. Hm. Just... Be careful. Mir wird er nichts tun. Das glaube ich. Ganz fest. Das sieht aber nicht schlecht aus, der Truck. Sich zugeben. Groß. Genug Ladefläche. Genug Sitzplätze. Was hat sie gesagt? Ich weiß, dass sie in ihrer Mache rief. Was hat sie gesagt? Du musst das nicht mit Arvo getan haben. Ich weiß. Ich weiß, Clem. Aber Luke. Ich weiß nicht. Du kannst das nicht tun. Richtig. Jesus, Clem. Du kennst mich. Du kennst mich nicht. Du kennst mich nicht. Du kennst mich nicht. Du kennst uns alle von uns, Kenny. Es wird wieder passieren. Das ist eine Verwaltung. Okay. Was hat passiert? Es ist vorbei. Aber AJ braucht uns jetzt. Wir müssen uns zusammenhängen. Okay? Komm schon. Mal sehen, ob der Truck geht. Wir können gerne probieren. Nein. Mein Vater hatte immer eine halbe Zolle Rechte, die er sich befestigt hat. Er war ein wunderschönes Mann. Aber er hat mir Respekt gelernt. Eine Frau wie Jane könnte darüber lernen. Ich habe ein bisschen Zeit gehört. Gib ihr ein bisschen Zeit. Ich mag sie. Gib sie ein bisschen Zeit. Vielleicht bist du richtig. Hell. Ich wusste nicht, was von Lee zuerst zu machen. Natürlich hat er mir mehr Zeit geholfen, als ich mich erinnern kann. Jane hat uns auf der Straße geholfen. Das stimmt. Oh Kenny. Okay. Nichts. Da war überhaupt nichts. Wir sollten zurück in den Süden gehen. ... ... ... ... Aber es ist wärmer. Okay. Na? Willst du nicht? Ja. Das hat sich nicht schlecht angehört. Ja. Das war schon besser. Alles okay. Kenny. Bist du okay? Wir müssen gehen, wenn wir A.J. leben bleiben. Wir sind aus der Zeit. Ich muss das Ding beginnen. Ich werde versuchen, die Batterie zu verbrechen. Ich werde versuchen, die Batterie zu verbrechen. Die Idee. Ich mag nicht, ihn mit dieser Mädchen zu verbrechen. Ist das sein Ernst? Oh Kenny. Komm. Wir können noch ein bisschen mit ihm reden. Ich bin gut. Geh auf A.J. Okay. Ein Bagger. Vielleicht ist da noch irgendein Teil, was wir nutzen können. Benzin? Irgendwas? Das wäre praktisch. Jedes bisschen Benzin. Oh ja. Das wäre auch nicht schlecht. Aber wirklich. Hier könnte doch Benzin drin sein. Wenn es der gleiche Typ ist, können wir es mischen. Okay. Wir können hier ins Haus gucken. Wir können hier ins Haus gucken. Äh. Naja. Es geht so. So schlimm finde ich es nicht. Bonnie. Hier draußen. Nicht am Feuer. Ja. Oh. Rauchen. Super. Deswegen ist sie auch draußen. Nein. Auf gar keinen Fall. Ja. Gerade rauchen muss nicht sein. Ja. Genau. Ja. 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 Ich weiß. Ja. Ich weiß. Ich sage nur etwas über Luke. Nichts wo du bist. Es ist immer ein schlechtes Sied. Das ist nicht so. Das ist immer ein schlechtes Sied. Das ist immer ein schlechtes Sied. Es war das Kind. Ich frage mich etwas, Clem. Es war das letzte Mal, dass jemand was du wollte. Ich weiß nicht wirklich was ich will. Ich weiß nicht wirklich was ich will. Vielleicht sollte ich es anfangen zu denken. Du weißt, ich bin überall. Ich bin mit vielen Leuten. Viele Männer. Und ich habe viele Prozesse gehört. Es ist nicht einer von ihnen. Ich bin mit einem anderen Weg. Du weißt nicht? Was meint sie? Eine Frau an der Spitze? Ich bin mit einer anderen Weg. Ich bin mit einer Frau an der Spitze. Ich bin mit einer Schmerzen. Okay. Sie sollte vorsichtig sein. Und nicht unbedingt alleine gehen. Sie könnten so viele Walker rumlaufen. Na Gott. Rein ins Haus. Da ist es zumindest ein kleines... bisschen wärmer. Ist da überhaupt ein Fenster drin? Hier ist es nämlich kälter. Na Jane. AJ. Na okay. Das ist eine gute Begründung. Ich habe ihn auch schon mal so gesehen. Ich habe ihn auch schon mal so gesehen. Ich habe ihn auch mal so gesehen. Ich habe ihn noch mal so gesehen. Oh Gott nein. Ich hatte einen schönen Job. Und eine ganz schöne Frau. Und dann hat das alles passiert. Und ein Tag. Er hat einige Kinder auf die face drauf gemacht und hat er gedacht, dass er nicht noch could essen kann. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020